Im Jahr 2015 wurden knapp 477.000 Asylanträge in Deutschland gestellt. Aber warum? Wir haben uns mit dieser Frage beschäftigt und sind zu dem Entschluss gekommen, dass es an vielen Gründen liegt, die man Push- und Pullfaktoren nennt. Wie erklären sie euch? Push- und Pullfaktoren sind Gründe, warum Menschen flüchten. Das ist Ali. Er ist 26 Jahre alt und ist aus Syrien nach Deutschland geflohen. Da seine Eltern im Krieg gestorben sind, hält ihn nichts mehr in seinem Heimatland. Außerdem haben ihn der Hunger, die Armut und die schlechten Bildungschancen einen Grund gegeben, in ein anderes Land zu flüchten. Seinen Neuanfang will Ali in Deutschland machen. Dies liegt an den deutschen Systemen, das Flüchtlinge in einigen Dingen besser unterstützt als andere Länder. Außerdem hat Ali von anderen Bekannten gehört, dass es Flüchtlingen in Deutschland gut geht. Es soll einfacher sein, Asyl zu bekommen. Wirtschaftlich ist Deutschland weit oben und Angela Merkel heißt Flüchtlinge willkommen. Ali hat auf dem Weg nach Deutschland neue Freunde gefunden. Jeder einzelne hat verschiedene Gründe zur Flucht. Trak ist 14 Jahre alt und kommt nach Deutschland, weil er als Minderjähriger schneller den Aufenthaltsstatus bekommt. Farid ist 19 Jahre alt und der große Bruder von Trak. Sie sind aus Angst vor politischer Unterdrückung und Verfolgung aus Albanien geflohen. Adler ist 23 Jahre alt und flüchtet aus Bangladesch wegen Umweltproblemen, Bevölkerungswachstum und Naturkatastrophen. Ali geht es jetzt gut und er ist zufrieden. Bald hat er seine Ausbildung beendet und er bleibt in Kontakt mit seinen Freunden. Jeder Flüchtling hat seine eigene Geschichte und trifft aus verschiedenen Gründen Entscheidungen. Unterstütze sie, wo du kannst.